Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online zusammen mit dem kompletten Freedom Squad. Wenn ihr Bock auf mehr habt, lasst super gerne eine kleine Bewertung da. Vielen Dank für euren Support und jetzt viel Spaß. Ich habe uns ein gepanzertes Fahrzeug besorgt. Tauscht du gegen ein fliegendes Motorrad? Nee. Bitte, bitte. Das ist von 2 Millionen. Bitte. Nur einmal ausprobieren. Okay. Wo ist es? Wo bist du? Ich bin hier unten. Wir müssen tauschen. Oh Gott, ich habe einen Fall. Oh Gott. Ich habe nur irgendwie gesehen, dass du da so hängen geblieben bist. Und warst du am Spiel? Hi. Wow. Warte, ich habe es wieder kontrolle. Komm noch kurz zurück. Ah, dann sehe ich dich. Warte, ich komme. Okay. Ich bin gleich da. Oh Gott. Ich habe versucht, mich zu erschießen. Ja, ich habe es gesehen. Aber du hast gezuggelt. Ja, warum nur? Ich wollte vielleicht nicht sterben. Warte, wo bist du jetzt? Gott. Ich bin gerade auf dich zugeflogen, aber er hat mich nicht gesehen. Warte, du musst irgendwo da sein. Ich bin wie ein Stier. Oh, da. Du lebst. Ja. Nein. Nein. Hier ist ein Set. Oh, ja. Nein. Okay, fahr, fahr. Wie mache ich das? X einmal, um es auszufahren und dann E zum Dingens und dann S der G. S der G. Ah, oi. Oi. Und Shift zum Runtergehen. Ja. Wer will denn da? Der geht von alleine runter. Hilfe. Ja, du darfst auch nicht einfach so nach oben drücken. Es gab ein paar Probleme. Ich bin gefallen, Minion. Pass bitte auf mein Fahrzeug auf. Ach so, oh. Oh, ja, ich bin schon weggelaufen. Nein, warte, das hat viel Mühe und Kraft gekostet, das zu organisieren. Wo ist es denn? Wo war das denn? Warte, ich komme. Ich habe mich jetzt einen Meter weit wegbewegt. Nein, Minion. Hä? Guck mal, bis woher ich mich wegbewegt habe. Achte. Ich stand hier oben drauf. Oh, was war das? Alter. Der hat aber red nicht reingeschlotzt. Hey, was machst du auch? Oh, lol. Okay. Wir können nicht mehr drauf. Wir können nicht mehr drauf. Erlaubt es nicht. Und du willst es kaputt machen? Nein, will ich nicht, Zombie. Ich wollte es gar nicht kaputt machen. Tut mir leid, Minion. Okay. Hi, Zombie. Ja. You work. Okay. Oh, lol. Oh, Gott. Jetzt habe ich gekillt. Alter. Hä? Aber woher kam jetzt? Okay. Von mir. Ich habe ihn abgeschossen mit einem Raketenwerfer und dann konnte er mir ins Gesicht geplattert. Nein. Oh Gott, ich habe aus Versehen. Warte, Vorsicht, lauf! Oh. Eine Granate. Wie lange braucht die denn? Ey. Fein Grab, zwei Punkte. Ey, 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 ey. Ja, ich war ein Boxster. Boah, wie schnell hau ich. Oh, schnell weg. Lauf mir diese. Boxster! Oh, das war immer eine Waffe. Oh, Geld. Ach nein, das war mein Manual. Ich bin battlearm. Ja, warte. Ich gebe dir eine Geldlieferung, okay? Komm mal her. Jetzt bist du battleärmer. So. Hier, heb auf. Ja. Ja, hier. Ja, hier. Äh. Keine Ahnung, wie viel. Und wie viel ist da? Ach so. Äh. Ah! Mann, ich hatte das alles so schön geplant. Ich hatte dieses Auto organisiert. Damit wollte ich mit euch überraschenderweise immer wieder ein paar Sachen überfallen. Und das war schusssicher. Das war das beste Auto. Ich komme auch mit meinem Turboauto. Leute, das ist auch ein Raketenauto. Guck mal. Ja, hi. Komm mit, Freunde. Du hast wieder Geld. Musst du anschaffen. Au! Der wollte mich sprengen vor. Nee, warte. Warte, wir müssen zusammen Polizei... Nein, nein, nein. Klippo, bitte. Okay, Klippo, Klippi. Oh nein. Oh, was macht er denn da? Irgendwas hat er in der... Ah! Okay, Molotow. Warte, ich helf dir. Oh Gott. Mein Auto. Warte mal. Oh Gott, meine hintere Seite. Au! Freunde, ach man. Ich hab hier mit der Schatze gekickt. Ich bin hier wie so ein Punching-Ball. Boah, was denn? Molotows. Ich hatte zwei Stück. Äh, nur so, Leute, wir müssen zusammen Polizei lagern, denn da gibt's die gepanzerten Autos. Keine Ahnung. Mein Arm ist vor allen Dingen mein hinterer Reifen, Alter. Ich weiß gar nicht, wie der noch funktioniert. Kann ich jetzt mal auf das Ding zugreifen? Muss mir helfen, ihn zur Rampe zu bringen. War der hier? Die Rampe? Ja, da ist die Rampe. Wofür denn das? Da muss irgendwie so eine Polizeistitze und da, wo ich immer spawle, im Ghetto. Leugte was? Nein, hört auf! Warte, du, da ist die Rampe. Siehst du die? Ja, ich seh die. Warte, ich will dich ja nur dahin bringen. Ich will dir auch Spaß geben. Ja, und jetzt schubs wir dich beide an, okay? Oder nee, warte. Ich hab doch, äh, ich kann das so machen. Nein! Oh Gott! Alter, oi! Oho! Wow! Hier kommt ein dicker gepönzerte Wagen. Ja, ja, der macht mir ein bisschen Angst. Ich fahr mal ganz kurz weg. Alter, mein Auto fährt besser denn je. Ja, wir haben's getunt. Ja, das Gefühl hab ich auch. Ich guck das vom Helikopter aus. Alter, was steht hier denn für ein Auto? Hallo? 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 Maudato! Maudato! Wem gehört dieses geile Auto? Ich bin das Auto. Rrrrrrrr. Es ist ein Auto. Es ist ein Auto. Völlig verschlafen. Ich bin das Auto. Kurz erklärt, Maudato hat, ähm, der war eben gerade Job. Hä, der hat Sport gemacht. Ja, Job. Oh Gott. Was war das für ein Attentat, Alter? Deswegen klingt der ein bisschen müde. Ja, 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 steig schnell ein. Ich hab Mittagsschlaf gemacht, hä? Steig schnell ein, Wengel. Komm, stell... Ah, das sollt doch nicht mich kicken, Mann! Du lebst! Ja, das macht dich, glaub ich, scheinbar nicht glücklich. Warte, steig doch einfach ein. Ich steig jetzt aus und dann... Ja, nehm ich mit, bitte. Papa, bitte. Oh Gott, das sind so Leute. Ja, komm. Oh Gott, oh Gott. Ja, komm, stell rein. Was solltest du für ne Bruchlandung? Ja, war ein bisschen scheiße. Okay, 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 okay. Äh, du Papi, bitte. Ja, ich bring dich in Sicherheit so, ne Mann. Ehe zur Schule, ja. Ja, die fliegt los abgetrieben. Was? Was? Hier muss irgendwo ne Dingens sein. Ne Polizeistation, Wengel. Such die Polizeistation. Such! Ja, ja. Ich riech sie. Ja, wo? Hinter die. Hinter mir? Ja. Sicher? Ja, ja. Da wo einmal, wo wir auch Edgar 27 mal rausgeholt haben, aus Versehen. Weißt du? Wo der ganze Part daraus bestand. Ja, ja, es hat nicht ganz so gut funktioniert. Neh mal ein bisschen nach links. Da hinten die Tankstelle, siehst du die? Was ist, wenn ich da mit nem Leuchtfeuer gegen schieße? Explodiert dann alles? Nein, nein. Das ist nur Leuchtfeuer. Wir müssen das Gefängnis finden. Ja, ich bin mir sicher. Warte noch mal. Dreh noch mal. Dreh noch mal. Ist doch cool. Warte noch mal. Ich mach das. Mann. Mann. Dreh einmal. Ja, ja, ich dreh. Soll ich da auch noch? Ja, ich dreh. Warte, bleib stehen. Nein, 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 nein. Nein, ich lande. Du musst weg. Nein, das geht doch. Oh, ich bin gelandet. Tada. Ja, klasse, Benil. Bist ein toller Kerl. Hat ja super funktioniert. Oh Gott. Oh Gott. Ja, explodier. Schnell weg. Oh Gott, nein. Ach unser, ach. Warte, er funktioniert noch. Oh. Alles gut. Ich war das nicht. Nein, was tut das so. Nein, du kannst doch nicht aussteigen. Doch. Du bringst uns beide um. Hey, ich flieg super locker. Guck doch. Ach so. Ah. Doch, ich flieg noch. Ah. Wieso kann ich denn hier nicht richtig hoch? Wo bist du? Warte, ich sammel dich ein. Unter dir. Ach da. Kein Problem. Ja. Ah. Oh Gott. Ey, das war ja nicht. Du bist dagegen gefahren. Ach wie ich gar nicht. Du bist gar gegen ne Maske. Ach, geh auch zu lieb. Darf ich nochmal fahren? Warte, mit dem Ding kann ich das doch ganz schnell finden. Oh nein, du zerstörst es doch eher. Nein, mach ich nicht. Ist Indianer Ehrenwort. Ja? Okay. Hi. Hallo. Ey. Oh Mann. Du lebst? Ja, ich bin sogar ausgestiegen und hab's überlebt. Easy. Ähm. Hallo. Paletti hinter dir. Ach hinter mir. Oh Gott, ja. Nicht geklappt. Oh Gott. Ich lebe. Hi. Oh. Oh Gott. Ich jetzt fast in dich reinge... Aber weiterhin ist beim Motorrad. Hol's dir. Okay. Wo ist es genau? Ach so, da. Okay. Nein. Nein. Ah. Ah. Nein. Ich hab Pegasus Lifestyle. Oh Alter, was war das da für eine Robe? Ah. Hey. Au. Brenn wieder. Ja. Selber Schuld. Von Pegasus Entertainment bekommen. Ich weiß es mir nicht, wer die sind. Aber die wollten mir, glaub ich... Die einfach ran. Ja, kann ich nicht. Die wollen nichts an drehen. Ach so. Das steckt ein. Wie ist das denn? Was ist denn mit dem passiert? Hallo. Huchel. Ah, gilt. Halt. Ja, ja, ich... Mach ich, mach ich, mach ich. Ich... Ich finde das. Das ist kein Problem. Ich hab auch eins. Guck. Ah, nice. Geil, Alter. Dann los geht's. Oh. Au. Ah. Wir wärm nicht. Alter. Motorrad, hör mich auf. Ja. Oh, Quats. Oh, Zombie. Ah. Und Stolpen. Geht's dir... Hallo? Alles in Ordnung? Okay, so warte. Jetzt ist es auch nicht so... Oh Gott. Wo ist das? Das muss ungefähr hier sein. Was ist denn das? Ich hab die Stelle noch gar nicht gefunden. Was denn? Nein, ich bin gestorben. Ja, aber warum? Ich... Ich... Ich hab's. Ich hab's gefunden. Ja. Er hat's. Ja, und das Auto ist auch da. Wartet, ich hol das schnell. Zack. Hopp. Ja. Mein Motorrad. Da hab ich dich wieder. Oh. Warte, ich komm zu dir. Perfekt. Oh, ey. Zombie, mach das Tor auf. Hallo, ich bin auch da. Das geht für dich auch. Ah. Ein paar Lohnen haben mich platt gemacht. Okay, steig schnell ein, Zombie. Mein Motorrad. Warte doch. Ach da. Ja, Schlängel, wir holen dich. Warte, da ist doch mein Motorrad drin. Ja, du brauchst dein Motorrad nicht. Das ist weg. Oh, wo ist das da? Steig schnell ein. Okay, kein Problem. Ich fahre jetzt erstmal hier. Oh, genau. Mach lieber die Tür da hinten zu. Guck mal, Leute. Hier sind wir sicher. Das hat Pin Disney hier mal richtig schön organisiert. Ah, ich seh ihn. Er ist da oben. Ah, hast du was markiert? Ja. Okay, perfekt. Dann fangen wir erstmal dahin. Hallo. Oh Gott. Sirs. Tut mir leid. Hallo. Ihr Freund ist eben gestolpert. Oh Gott. Oh. Hast du Schambe auch. Oh, da vorne ist, glaube ich, noch der dritte Kollege von Wien. Alter. Der wartet da. Moinswetter. Ah. Deine Freunde sind schon tot. Nein, die schlafen. Oh. Achso. Alter, Mo, da. Du neues Outfit. Komm rein. Der blaue Blitz. Der Typ ist schon so ein blauer Blitz. Okidoki. Operationsleiter Maniel. Markieren Sie bitte. Die nächste. Ah nee, warte. Wir müssen erstmal die Bullen los. Ach, Mann. Wie soll das denn funktionieren? Oh, wir sind die Polizei losgeworden. Oh, wie das? Oh, das ist ja unglaublich. Hat Zombiel da etwa einen Zaubertrick gemacht? Oh, da hat jemand Kopfgeld. Hä? Ich weiß. Ich wollte zurück. Was? Da hat jemand Kopfgeld. Hat Zombiel das Paläste angerufen? Nein. Der Totenkopf auf der Minimap. Oh oh. Hä? Hey, wir haben Zombiel verloren. Fahrt weiter, ich komm gleich. Zombiel, nein, warte. Ich hol dich. Warte, nein. Hol ihn, hol ihn. Doch, ich hol dich doch. Nein. Ah. Zombiel? Du hast mich zu sehr geholt. Ich hol ihn auch. Ich hol ihn auch. Nein. Von Manu will ich nicht geholt werden. Nein. Warum ist Zombiel ausgestiegen? Ich hol ihn. Ich hol ihn. Hilfe. Warum hat Manu Zombiel umgebracht? Hallo. Ich glaube, er lebt da. Oh. Er lebt da noch. Ich geb euch Backup. Ich komme nicht durch. Oh. Hi Zombiel. Wir wollen Support. Dankeschön. Nice Panzer. Obergeneral Zombiel. Es gibt Panzer. Das ist irgend so ein neues Auto. Was machen wir denn jetzt? Oh, warte. Hier kommen wir rein. So, warte. Dabei kann man mit Stern nicht rein. Doch, doch, das geht. Doch, doch, das geht. Glaub mir. So, guten Tag. Einmal bitte Vollwäsche. Ey, man ist ja unsterblich in diesem Auto. Ja, ich sag doch, man ist unsterblich. Also, es könnte vielleicht eine Explosion geben. Komm schnell rein. Wo kann ich den Letzter wieder anrufen? Eine Minute noch. Ja, warte. Dann parken wir einfach. Eine Minute. Ne, wir warten ja. Was soll denn schon passieren? Auf wird die Tür. Ja, das dürfen sie natürlich nicht. Oh Gott, ich bin tot. Du bist tot? Ja. Ach ja. Eine Granate. Ja, Maudado, solange bei uns alles in Ordnung ist. Ich geh mal in die Ego. Maudado, der darf deine Tür nicht aufmachen. Maudado. Hallo. Nein. Was macht der Typ? Oh, ich. Oh Gott. Ich hab ihn geschlagen. Keine Angst. Sehr gut. Mach die Tür zu. Okay. Sehr gut, wir können chillen. Vorsicht, da kommt wieder einer. Oh Gott. Ich hab dich gerettet, Maudado. Danke. Bitte. X kannst du dich ducken. Oh. X. Aber warum soll ich da sein, weil ich hab grad keine Bollen da? Ja, weil du ein Freund bist, weil ich hab vier Sterne. Wir wollen doch hier... Rock'n'Roll. Oh Gott. Oh Gott. Ey, bei mir sieht das eher aus, als würde ich das Auto bewegen, wenn ich das drücke. Ist ja mal schick hier. Ist fast schon gemütlich. Oh Gott, was machen die denn? Nein, nein, nein. Ich schon wieder. Was denn? Oh nein, Maudado. Maudado, nein. Oh Gott. Steig ein. Oh nein. Aber jetzt haben wir keine Bollen mehr. Oh ja. Sehr gut. Es ist vorbei. Ja. Okay. Dann schnell in den Laden. Und jetzt steigen wir aus, hä? Ja, wir steigen aus, gehen in den Laden. Und... Okay. Nein, hier ist niemand! Ja, vielleicht weil davon das Wort Anhalt war. Hola, Paco. Miamo Paluten. Kannst du bitte nach vorne gehen? Da ist ein Bulle neben dir, ne? Ich würde aufpassen. Wo? Ach der? Was macht der denn? Hä? Wieso hab ich denn einen Stern? Ich hab nichts gemacht! Doch, weil du dahinter warst. Ja, das darf ich... Ey! Ja, der ist der Angestellte. Bats! Oh! Ganz ehrlich, ich hab nichts gemacht. Hallo. Es tut mir leid. Oh, warte. Aber Paco kommt wieder zurück. Paco! 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 Ich bin arm, bitte! Paco! Das kannst du damit machen, Zombie? Oh Gott! Das war aber nicht nett. Das tut mir leid, Paco. Guck, ich hab die Kasse aufgeschossen. Da ist Geld rausgekommen. Tatsächlich! Oh Gott, was? Nice! Aber... Au! Paco! Ich... Es tut mir leid! Dann kann ich auch nichts machen, Paco, Alter. Ganz ehrlich. Ich hab mich doch entschuldigt. Es war ein Fehler meinerseits. Lass uns Freunde sein. Okay. Paco, wir sind jetzt... Ich hab das geklärt. Das sind ja wieder Freunde. Okay. Alle bei... Können wir einsteigen? Ich glaub schon. Ja! Ja! Ich bin drin! Los Zombie, bring uns nach Acapulco! Auf den Ort gibt's doch gar nicht. Ich kann auch schießen! Ich fühl mich nicht so wohl. Alter! Ach Gott! Was ist denn hier falsch? Was ist denn hier falsch? Hallo Manuel! Ich bin Manuel! Ah! Hallo! Wie geht's denn euch? Ah! Hi! Na? Du bist ein blödes scheiß Motorrad. Ups! Hey! Was? Hä? Hä? Warte! Echt? Oh! Hä? Oh Gott! Ja! Meine Chance! Bats! 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 Ah! Oh Gott! Nein! Nein! Du hast ihn getötet! Leute! Das war's mit der heutigen Folge von GTA5 Online. Wenn's euch gefallen hat, lasst ne Bewertung da und habt einfach noch einen traumhaften Tag. Und vor allem schaut bei German Let's Pay zum E-Modatum vorbei. Haut rein! Ciao, ciao!